Ich belege gerade, vielleicht weckse ich noch mal diese Waffe, die ist in der Rufe. Die eine ist ganz gut, aber ja. Wir sind übrigens bei Kapitel 18. Nein. Jetzt geht's wohl weiter. Oh. LOL. Es leuchtet jetzt. Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezelverwandlung. Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können. um die letzte Einstellung vorzunehmen. Was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Stimmt. Okay, und wir haben es zurück. Yay. Das ist das, wir fliegen. Du musst bloß nicht sterben. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier, ähm... Der Ende? Ja. Ja. Pfff. Tu mir, ey. Was war das? Ich hatte noch nicht. Hallo? Achso, ist schon offen. Ja, klar. Pfff. Ach, wieder weiter. Okay, wo lang? Gerade aus. Alles klar. Achso, hier. Keine Lust. Verarscht. Oh, hier. Stasse. Links rum. Ja. Achso, wir müssen dann komplett zurück wieder, okay. Hm. Ja, so ist das halt, ne? Sehr kompliziert. Das ist nicht der Weg, Isaac. Sie haben eine Zukunft. Wir alle. Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können Sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Isaac Clark. Yeah. Genau. Alles klar. Und weiter? Alter, da sind noch zwei. Alles klar. Ich mach mal nie. Das ist ein Schiff! Das ist ein Schiff! Das ist ein Schiff! Alter! Wie viel kommen denn da? Die ganze Zeit nichts von der Fahrtmachtung! Bäm! Schlockerl! Hast du vielleicht noch ein bisschen Money für mich? Hm? Dann gebe ich hier noch Medi-Pack. Ah, danke! Alter! Die besten direkt mit Stase! Du links, ich rechts! Okay! Da gibt's einen Stase! Dann noch mehr! Drei! Ich habe dichaaaa Drei! Da! Alles klar. Alter, wandern. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Cut, ne? Hier? Ja. Müssen wir aber noch mal machen, ne? Pff, überall. Spannend. Jo, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bei Peterbauer. Alter, das war so ein Pfeifen. Oder nein, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Halli Hallöchen, alle mit uns aneinander. Hier spielen wir wieder mal eine Runde des PS3. Mit langer Zeit. Genau, aber nur hier. Genau. Irgendwo anders. So, wir haben die Viecher gerade wieder besiegt. Das war wieder ein Schnüggelchen hier. Jo, jo. Und wir laufen mal weiter. Das ist voll cool hier mit den Plattformen immer noch. Richtig stark ist. Ah, da. Wo müssen wir dann? Willst du hier hin? Ach so, da. Hier hin. Also genau in die falsche Richtung. Renn. Dann mach du mal das Rätsel. Er ist schon offen. Echt? Ja. Hä? Oh, warte. Komm mal kurz. Ah, nicht. Ah, ich auch nicht. Warum kann ich wieder laufen? Diese Waffen sind so mysteriös, ey. Ich verstehe die einfach nicht. Ö, ö, ö. Hä? Okay. Ah. Es funktioniert. Das ist eine ganze Zeit. Hatten wir das denn schon mal gehabt? Irgendwie. Eigentlich ist das jetzt weil anderes. Ah, ja. Ich merke es. Boah. Du kriegst ja schon Augenkrebs. Du darfst die Speed gar nicht nutzen, ey. Das ist so. Ja, das ist so ekelig einfach mal. Richtig schwieriger im Parcours gerade gewesen. Wo? Seit wann ein Parcours? Ja klar. Denkst du. Manche Gegner. Äh. Am besten keinen an. Leif am besten keinen an. Okay. Du brauchst keiner. Du brauchst ihn. Das macht schon der kleine. Ah, warte mal. Uh, ich hab das da. Oh Gott. Ich kann mir sogar noch ziehen. Du bist der Arsch. Ja, extrem laut einfach mal. Ich guck mal. Ich hab einen Mietenwerfer. Immer noch. Oh Gott. 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 Ja. Das ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ja. Weil ich halt nicht aufgetroffen wurde. Ich reine mal ein bisschen weg. Du machst das schon, ne? Ja. Ist doch. Gut. Scheiße. Okay. Okay. Awesome. Ice. Ice. Ich bin... Oh Gott. Kill die. Aua. Lock der einen. Lebt der noch? Lebt der noch? Ja, der lebt. So. Jetzt nicht mehr. Pass mal an. Zack. Und down. Toll. Soll ich jetzt für den Schuss sind? Ich weiß nicht. Ich war zwei. Ja. Was denn? Wow. Da hab ich einen Schuss wegen dir verballert. Ah. Hier. Wo bist denn du? Ja. Hinter dir. Ach hey. Guck mal. Hier hab ich was für dich. Hast du wieder Muni? Ich weiß. Bin wir recht groß zurück. Äh. 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 Wo ist ne Bank? Da links. Ah. Naja komm. Lass uns lieber nicht... Äh. Ich brauch aber hier äh Dings ja. Leben. Äh. 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 Genau da da. Ah. Genau Medifacts. Und ich hab meine Bots sind ja wieder da. Und ich verkauf auch mal was. Echt? Oh. Bisschen Stase. Oh. Clever clever. Ich hab... Ach man. Jetzt hab ich auch mal zu viel. Ich hab auch grad... Was habt ihr grad für ein Upgrade bekommen? Äh. Plus... So nen Platina plus 2 Schaden plus 2 Feuerwarte. Eigentlich recht gut. Zwei Schaden... Zwei Feuerwarte. Hm. Ich hab immer noch mal ne Bolas. So ne Bolas Kanone. Wieso hab ich ne Bolas Kanone? Da. Die ist richtig scheiße. Boah. Ich hab fast alles auf Rot ey. Oh. Ich glaub ich hab schon. Aber ich will vielleicht irgendwas Neues kaufen. Also man muss so sagen. Wir spielen das Spiel auch im Singleplayer. Und die sind halt immer noch bei... Waaah. Achja. Wir tun das natürlich auch im Co-Op. Meint ich. Und dann schwimmen wir das auch. Stellt euch vor. Ja. Wir sind ja auch ganz schön nicht weit. Und da haben wir auch irgend so nen Schrot... Ne kein Schrot... Ne kein Schrot... Revolver, gell? Ja voll kacke. Ey den will ich haben. Also da... Da testen wir so ein bisschen was wir hier nicht machen so ungefähr. Ja, was wir eigentlich hier machen sollen. Deswegen will ich jetzt hier auch gerne diesen Revolver haben. Um... Um einfach irgendwas Neues... Äh... Zu benutzen. Und ich finde ihn leider nicht. Also für mich... Nichts Neues. Ah naja. Ich lass alles. Alles. Hallo? Hallo? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Wie ich einfach überall nachladen kann. Ja. Ja. Dann mach ne andere Waffe einfach. Ne! Ich mach doch keine neue Waffe. Die sind voll overpowered jetzt. Okay. Dann nicht. Ne jetzt wieder ne neue Waffe. Das dauert wieder so ewig dann. Ja das stimmt. Ich will nur kurz ne Partie nur wechseln. Von dem da. Das war scham. Das ist so komisch ne. Im ersten Teil kann man sich nicht rollen. Und da muss ich mich immer daran gewöhnen. Mhm. Da ist auf Steuerung. Ist hier rollen. Aber da ist auf Steuerung diese Navigation ne. Jaja. Da muss ich mich immer daran gewöhnen die Steuerung zu drücken. Nicht B. Achso. Okay ich bin jetzt fertig. Okay warte. Dann stellen wir kurz was ein. Okay. Und zwar haben wir herausgefunden, dass man hier die Schwierigkeit umstellen kann. Wow. Unglaublich. So jetzt nochmal auf Schwierig. Yeah. Hoffentlich ist das halt nicht so schwierig wie gerade dann. Ja sagen wir so. Dann will ich hier auch ne andere Waffe dann später machen. Also die hier die ich unbedingt wechsel noch. Die ist richtig scheiße. Einfach mal. Du bist falsch. Wie ich bin falsch. Guck mal der andere ist so lange. Ich bin falsch. Ja komm mit. Deswegen würde ich sagen dass du deine wechselst mal. Warum? Na nicht jetzt. Ich habe so viel Zeit damit verbracht sie zu kriegen. Bist du hier hoch? Oh. Ja. Es hat so lange gedauert bis sich diese Waffe zusammengestellt hat. Ja. Ja. Jetzt willst du dass ich die einfach weg snipp. Ja. Ja. Was soll ich denn sagen. Bei einer Waffe. Guck mal. Diese wunderschöne Perfektion und Waffe. Was hast du unten? Äh. Schladgarn. Scheiß Kombi. Pfff. Haha. Hauptsache ich konnte gerade wieder nachladen. Ah. Ich durfte auch nachladen. Der war aber doch schon gemacht hier. Oh. Den haben wir glaube ich bis hierhin aufnehmen müssen. Okay welches wir aber machen. Ich meine das haben wir davor schon. Boah leck mich dann nach. So ne jetzt mach. Das rechte. Müssen wir jetzt das andere machen. Jaja. Okay. Öh. Das ist so richtig oder? Haha. Ja genau. Ja das ist sogar so richtig. Haha. Was machst du da? Ha. Ich habe es richtig gemacht also. Ja. Achtung hinter dir ist so ein Durchgang ne. Ja. Pass auf. Pfff. Pfff. Sehr spannend gewesen diese Filmsequenzen. Fahnsinnig auch. Willst du mir wieder zurück oder was? Ah. Wow.